Hey Leute, habt ihr euch schon mal über Dinge in Brawl Stars geärgert, die einfach in Updates entfernt wurden? Sprich zum Beispiel, ihr hattet einen Lieblings-Skin, den ihr euch kaufen wolltet und dann ist der Skin einfach verschwunden oder eben ein Brawler, der extrem schlecht gemacht wurde plötzlich oder einfach euer Lieblings-Spiel-Modus, der einfach aus dem Spiel entfernt wurde. Genau das werden wir uns im heutigen Video anschauen und werden eben alle diese Dinge eben zurückholen und jetzt eben dazu das Gameplay anschauen. Und ja, ich bin gespannt, was ihr davon haltet und welche Dinge ihr in Brawl Stars vermisst, die es eben früher gegeben hat. Und genau damit beschäftigen wir uns heute, würde ich sagen, wir starten rein und wie immer, genau, wenn ihr mich supporten wollt, könnt ihr ganz rechts im Shop meinen Körner-Code eingeben, JoJonas, und ich würde sagen, wir starten rein und euch jetzt wie immer viel Spaß. Das erste, was ich mir in Brawl Stars zurückwünschen würde, sind auf jeden Fall Tickets. Wir sehen hier auf jeden Fall, dass ich auf diesem Account einfach mal über 1000 Tickets drauf hatte. Und ja, Tickets konnte man eben einfach perfekt verwenden, um eben extremst viele Boxen zu farmen. Und genau das habe ich eigentlich auch sehr gerne gemacht. Also ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber an den Spezialereignissen fand ich einfach immer so toll, ja, dass man eben so viel farmen konnte. Man konnte eben teilweise einfach mal aus einer einzigen Challenge eben bis zu 7 Gratis-Boxen farmen, konnte noch Markenverdoppler einsetzen und konnte dadurch eben einfach extremst große Openings ansparen. Ich verstehe auch nicht genau, warum die entfernt wurden. Ich glaube vor allem eben, weil man auch mit den Brawl Stars eine weitere gute Möglichkeit einbinden wollte, wie man eben auf jeden Fall Boxen farmen kann. Aber ich persönlich habe einfach sehr viel Spaß daran gehabt, eben diese Boxen zu farmen, da man so eben einfach sehr viel Spaß in den Spezialereignissen hatte und eben sehr gut vorankommen könnte. Und deswegen würde ich mir persönlich auf jeden Fall wünschen, dass die Tickets zurückkommen und man so eben wieder sehr, sehr viele Boxen Free-to-Play oder auch mit Pay-to-Win eben sparen kann. Als nächstes haben wir einfach mal einen Modus, der aus dem Spiel entfernt wurde. Und zwar haben wir hier den Modus Starkampf. In diesem Modus konntet ihr praktisch, ja, Kopfgeldjagd wie Solo-Showdown spielen. Also wir hatten 10 Spieler und es ging eben darum, wer in der Zeit eben am meisten Sterne sammelt. Und wie man hier schon sehen kann, waren die Runden teilweise einfach nur extremst spannend und vor allem sehr, sehr aggressiv. Ich persönlich habe eigentlich wirklich sehr gerne, ja, den Starkampf gespielt. Gerade eben, weil es ein sehr offensiver Spielmodus war und weil er eben auch sehr viel Abwechslung geboten hat zu den anderen Spielmodien. Da natürlich auch gerne eure Meinung in die Kommentare. Wir sehen zum Beispiel nochmal hier, wie unfassbar knapp das Ende sein konnte, wenn man von Platz 2 oder von Platz 3 auf Platz 1 springen konnte mit den letzten Kills. Und ja, deswegen würde ich mir persönlich den Modus auf jeden Fall zurückwünschen und mir da sehr viel Spaß bereitet. Auch gerne dazu natürlich wie immer eure Meinung in die Kommentare. Nun kommen wir zu einem besonderen Wunsch von mir. Und zwar finde ich persönlich, es ist immer ziemlich nice, wenn man am Anfang einfach einen Brawler hat, der völlig OP ist. Und hier sehen wir auf jeden Fall die Boxerin, die am Anfang eben viel zu krass war. Würde ich sagen, wir schauen uns gleich mal an, wie unfassbar OP sie war. Unter anderem waren auch 8-Bit und Leon völlig OP. Wir sehen eben hier, wie unglaublich lange das Schild eben von der Boxerin gedauert hat. Und ich muss persönlich sagen, ich feiere das ziemlich. Also gerade am Anfang, wenn es eben nur ein paar Wochen dauert, ist es auch nice. Auf Dauer wird es natürlich zu nervig werden. Aber wir können zum Beispiel auch hier nochmal sehen, ja, wie lächerlich OP sie einfach war. Es ist sehr viel Schaden gemacht und konnte eben vor allem auch mit diesem Schild. Ihr seht hier, ich habe richtig rumtrollen können, einfach unschlagbar. Und genau sowas würde ich mir nochmal zurückwünschen. Aber eher für ein paar Wochen, ansonsten auf Dauer wird es zu nervig werden. Aber das würde schon Spaß machen, wieder so einen unfassbaren OP-Brawler zu haben. Und zum Beispiel auf 1000 Trophäen damit zu pushen. Wir machen weiter und kommen als viertes jetzt auf jeden Fall zu besonderen Skins, die ich mir unbedingt ins Spiel zurückwünschen würde. Und zwar ist das zum einen auf jeden Fall ein Skin, den es damals zu Weihnachten gegeben hat. Ich weiß nicht, ob es jedes Weihnachten den Skin gibt, aber auf jeden Fall rede ich hier vom Leuchtnase-Nita-Skin. Der Skin sieht eben ganz besonders aus, weil er eben so einen grünen Schal um den Hals hat. Und eben auch Nita so eine Weihnachtsmütze mit so einer Rentier-Weihnachtsmütze eben aufhat, die einfach nur extrem nice aussieht. Dann eben auch diese Leuchtnase, diese rote obendrauf. Allgemein finde ich diesen Skin einfach sehr besonders, sehr weihnachtlich. Und ich finde auch für den Preis, ich glaube 80 Gems hat es oder so gekostet damals, finde ich den Skin einfach nur absolut geil. Ich würde mir unbedingt einen Skin zurück in den Shop wünschen, hoffentlich auch zum nächsten Weihnachten, dass ich mir ihn eben kaufen kann. Einen weiteren Skin, den ich auf jeden Fall auch zurückmischte, ist auf jeden Fall der Wehrwolf-Leon-Skin. Den gab es zuletzt zu Halloween. Halloween sollte auch relativ bald wieder kommen. Deswegen hoffe ich, dass der Skin zurückkommt, denn Leon ist mein absoluter Lieblings-Brawler. Und der Wehrwolf-Leon-Skin ist für mich der beste Skin von Leon. Mit dieser Wehrwolf-Kappe eben auf und vor allem auch mit den Geräuschen. Er kann zum Beispiel auch heulen wie ein Wolf, was auf jeden Fall auch was ganz Besonderes ist und sehr passend ist. Und deswegen würde ich mir den Skin auf jeden Fall zurück in den Shop wünschen. Damit kommen wir jetzt auf jeden Fall zu meinen persönlichen Favoriten. Und zwar, wir sehen es im Hintergrund zu einem ganz besonderen Spielmodus. Denn es war auf jeden Fall mein absoluter Lieblings-Spielmodus. Und zwar der Modus Lebensraub oder eben auch der Friedhofs-Modus. Dabei sehen wir zum einen eben, dass alle Brawler eben unsichtbar sind, was schon mal absolut krank ist. Also alle Brawler sind eben so ein bisschen unsichtbar, sieht eben schon mal nice aus, passend zu Halloween. Und jetzt sehen wir es ganz genau. Denn wir verlieren automatisch, wenn wir nicht angreifen, über Zeit leben. Und die einzige Möglichkeit, Leben zurückzubekommen, ist, indem wir Schaden machen. Wenn wir einen Kill machen, haben wir wieder volles Leben. Und wenn wir eben Schaden am Gegner machen, zum Beispiel 1000 Schaden, bekommen wir ungefähr dasselbe an Leben zurück. Sagen wir, wir machen 1000 Schaden, dann bekommen wir eben wieder 800 Leben zurück. Sprich, man darf eben nicht so lange campen, sondern muss sehr offensiv gehen, was ich schon mal absolut geil einfach finde in so einem Modus. Und es ist eben ein sehr riskanter Modus und die Spiele sind auch sehr schnell vorbei. Sprich, man konnte sehr schnell pushen. Es waren witzige und spannende Runden, die sehr offensiv waren. Und deshalb war es mein persönlicher Lieblings-Spielmodus, den ich unbedingt zurück möchte. Da auch gerne eure Meinung in die Kommentare. Ich hoffe, wir bekommen den Spielmodus zurück, wieder zu Halloween. Und da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, ob wir da eben meinen Lieblingsmodus zurückbekommen. Als nächstes kommen wir jetzt auf jeden Fall zu dem besten Angebot, das es jemals in Brawl Stars gab. Und zwar, ihr wisst es wahrscheinlich schon, wir haben hier das 49 Juwelen-Angebot für 49 Megabotsen. Dieses Angebot gab es vor ungefähr eineinhalb Jahren. Und damals war es einfach nur ein Bug von Supercell, dass man eben außersehen, ja, statt eben das Angebot, um ein paar tausend Juwelen zu reduzieren oder ein paar hundert Juwelen zu reduzieren, hat man es eben einfach auf ein Juwel pro Megabox reduziert. Einfach nur ein absolut krankes Angebot. Ihr konntet einfach mal, ja, Megaboxen im Wert von ungefähr 250 Euro euch eben für 50 Gems kaufen, was einfach absolut krank ist. Sprich, sogar Free-to-Play-Spieler konnten sich dieses Angebot leisten und eben ein riesiges Opening machen. Ich glaube, jeder von uns würde sich wünschen, dass Supercell nochmal so ein Fehler passiert und wir eben uns nochmal so ein Angebot kaufen könnten. Aber wahrscheinlich wird es nachständig, ich würde mal davon ausgehen, dass sowas nie wieder vorkommt in Brawl Stars. Weil, ja, wenn die Boxen eben so billig wären, dann wäre es auch für Brawl Stars eben schwierig, auch irgendwie Geld einzunehmen, wenn man eben so billig an neue Boxen und neue Brawler rankommen würde. Trotzdem, Hoffnung stirbt zuletzt, vielleicht haben wir Lack und irgendwann passiert nochmal so ein krankes Angebot. Bevor wir zum letzten Punkt kommen, der nochmal extremst spannend wird und was ganz Besonderes ist, haben wir jetzt erstmal nochmal einen Spielmodus, der aus dem Spiel entfernt wurde. Und tatsächlich war zu diesem Zeitpunkt Takedown ein Modus, den ich unfassbar gerne gespielt habe. Er war auf jeden Fall nach Showdown für mich der Lieblingsspielmodus. Deswegen war ich einfach nur unfassbar traurig, dass er eben aus dem Spiel entfernt wurde. Ihr wisst wahrscheinlich, worum es in Takedown geht, nochmal als Erklärung. Ihr müsst eben versuchen, in einer Lobby mit 10 Spielern eben einen großen Roboter anzugreifen. Und es geht eben darum, wer eben am meisten Schaden an dem Bossroboter machen kann, der gewinnt das Ganze. Wir sehen uns hier nochmal, muss eben versuchen, einfach alles zu ignorieren. Kann auch versuchen, ein paar Cubes einzusammeln und dann eben den großen Roboter anzugreifen und so eben sich auf Platz 1 zu setzen, indem man eben am meisten Schaden macht. Ich persönlich mochte den Modus sehr gerne. Gehren auch eure Meinung in die Kommentare. Ich glaube, offensichtlich mochten viele von euch den Modus nicht so gerne. Ansonsten wäre er nicht entfernt worden. Aber ich finde es so schade, dass er entfernt wurde, weil ich den Modus einfach nur gerne gezockt habe. Und allgemein ist es schon schade, wie viele Modi entfernt wurden, die ich früher sehr, sehr gerne gespielt habe. Äh, die ich früher sehr, sehr gerne gespielt habe. Damit kommen wir hier zum letzten Punkt. Und wir sehen es schon, wir haben hier einfach eine Box oder Boxen, die es nicht mehr in Brawl Stars gibt. Und die es früher in der Beta-Version von Brawl Stars gegeben hat. Ihr müsst wissen, die Beta-Version von Brawl Stars war ungefähr, ich glaube, ein bis zwei Jahre im Spiel, bevor dann eben die offizielle Version auch für Android rauskam. Und wir sehen eben hier im Shop gab es eben nicht nur Brawl und Big Boxen, sondern vor allem eben die seltene Box, die super seltene Box, die epische Box und die mythische Box. Ähm, ich weiß nicht, was ihr davon haltet, aber ich persönlich würde mir diese Boxen auf jeden Fall zurück ins Spiel wünschen. Denn damit könnt ihr eben bei einem Opening dafür sorgen, dass ihr eben einen bestimmten Brawler mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ziehen könnt. Sagen wir zum Beispiel, ihr wünscht euch noch Mortis und dann könnt ihr euch eben einfach sagen, wir für 150 Juwilen eben die mythische Box kaufen. Und könnt so eben dafür sorgen, dass ihr eben einfach einen mythischen Brawler zieht. Natürlich gibt es auch, ähm, Angebote, in denen ihr direkt die Brawler rausziehen könnt oder eben auch Shop-Angebote. Aber ich persönlich feiere es eigentlich ziemlich, dass man eben, ja, verschiedene Boxen für Seltenheiten hat. Und deswegen würde ich mir das auf jeden Fall ins Spiel zurückwünschen. Und damit auf jeden Fall so viel zu den Dingen, die ich mir in Brawl Stars zurückwünschen würde. Gerne eure Meinung in die Kommentare, was ihr euch noch wünschen würdet. Wir werden vielleicht uns dann noch bald anschauen, ähm, Dinge, die ich in Brawl Stars hinzufügen würde, die es nie gegeben hat. Und ich würde sagen, wie immer, danke fürs Zuschauen. Wenn ihr neu dabei seid, könnt ihr doch gerne auch ein Abo dalassen. Und ansonsten bis zum nächsten Video. Haut rein und ciao.